hallo und herzlich willkommen leute zu einem neuen video auf meinem kanal ja erinnert ihr euch noch an das video was ich vor knapp zwei monaten gemacht habe dort habe ich einmal small cap gems vorgestellt meine top 4 small cap gems am 2 februar habe ich das video letztendlich herausgebracht und der erste call den ich dort vorgestellt habe war crypto themen oder crypto themen wie man es dann auch letztendlich ausspricht ja und da haben wir zwar sehr interessante neuigkeiten zu denn ich möchte das einmal zusammenfassen wie ihr hier sehen könnt dort war das market cap noch bei 500.000 dollar also wirklich ein absolutes extrem small cap den ich dort auf dem schirm hatte und ja wir hier jetzt schon sehen könnt wer eingestiegen ist auf jeden fall glückwunsch denn es gab 100 prozent profit jetzt es hat ein bisschen gedauert wirklich bis sie aus dem knick gekommen sind aber aktuell sieht das sehr sehr gut aus kann ja empfehlen will ich nicht sagen ich gebe hier natürlich keine finanzielle anlage beratung aber das ist hat sich nach wie vor auf jeden fall gelohnt ich habe mein investment schon verdoppelt ich war sogar noch ein bisschen früher dabei da waren es glaube ich 350.000 dollar market cap also ich bin schon wirklich sehr gut im profit glückwunsch an alle die auf jeden fall mit eingestiegen sind falls sie es auf dem schirm hatten ja noch mal zu dem projekt selber bei crypto themen geht es darum die wollen eine mobile powerbank quasi entwickeln ja dass man eben die möglichkeit hat wir machen wir eben kurz die website auf da kann man das auch noch mal genauer sehen genau dass man quasi die möglichkeit hat sich eine powerbank auszuleihen dass man überall mobil quasi sein handy kamera was auch immer aufladen kann denn ich denke wir alle wissen je nach handy was man hat aber die meisten halten in der heutigen zeit nicht mehr mehr einen halben tag irgendwie man hat also wenn man länger unterwegs ist wirklich sehr schnell akku probleme oder batterie probleme besser gesagt und ja dementsprechend kann man das quasi ausleihen und man kann dann anhand einer google map quasi diese powerbank direkt wieder zurück in einen anderen laden bringen es muss noch nicht mal der gleiche sein ist auf jeden fall ein ganz cooles konzept was auch ein echtes problem in der welt löst dass man eben ja das man kann sich das ein bisschen wie uber beispielsweise vorstellen ja man es ist egal wo man gerade ist man kann sich dort irgendwie das auto bestellen in dem fall die powerbank leihen und beim nächsten punkt wird man wieder abgesetzt gibt dass wir ab ohne dass man irgendwie probleme hat man ist also wirklich sehr sehr mobil in dem fall und jetzt ist es nämlich auch soweit dass sie die app tatsächlich rausgebracht haben ganz wichtig gesagt das ist noch in der version one also es wird sicherlich regelmäßig updates dafür geben ich nutze jetzt android da ist es auf jeden fall schon zur verfügung ich weiß natürlich nicht genau wie das bei apple aussieht da dauert das meistens immer ein bisschen länger mit den apps so sieht das ganze auf jeden fall aus ist aktuell zumindest noch nicht ganz so viel zu sehen aber das wird wie gesagt regelmäßig geupdatet haben auf jeden fall eingehalten was sie wollten das ist eine sehr sehr coole geschichte dass das alles so funktioniert hat das projekt ist auf jeden fall legit ja ob das dann irgendwann tatsächlich voll durch die decke geht das kann ich euch natürlich nicht sagen aber das auf jeden fall sehr interessant fand ich ziemlich cool hier auf der seite kann man sich natürlich noch mal genauer einlesen da auch noch mal ganz wichtig ich zeige euch auch gleich wie man den kaufen kann wir machen jetzt einmal kurz den chart auf ja also wie gesagt hat wirklich gezündet jetzt nach einem guten monat das hat wirklich oder fast zwei monate es hat wirklich jetzt eine weile gedauert aber es hat endlich losgelegt sieht wirklich erstmal ganz gut aus und auch das jetzt noch das ist in eine millionen dollar market cap aktuell also wirklich noch sehr sehr viel zu holen meiner meinung nach selbst wenn das nur auf den zehn millionen dollar market cap geht und da vollkommen hängen bleibt er denn es ist von jetzt immer noch ein 10x ja also da kann man wirklich glaube ich noch sehr sehr gut was mitnehmen ganz wichtig an euch aber gerade wenn diese small cap gems so extrem niedrig stehen ja es kann genau sein also eine stunde kann dort eine ganze generation sein wenn sich dort vielleicht ein zwei wahl einkaufen ja also checkt auf jeden fall vorher selber den chart ab denn wenn ihr dieses video seht kann es natürlich auch schon sein dass wir eine ganze ecke weiter sind ja und nicht dass sie dann irgendwo beim absoluten high einkauft dementsprechend da auf jeden fall bitte vorher einmal eigene recherche betreiben den chart selber aufmachen und dann schauen wo der kurs gerade steht ja aber das auf jeden fall schon mal eine sehr sehr coole entwicklung definitiv geht sehr sehr gut bergauf ja dann noch mal zur website selber hier könnt ihr euch natürlich dann noch mal über das produkt schlau lesen etc wie das ganze aussieht wie das ganze funktioniert sehr sehr cool wie gesagt die app habe ich mir jetzt schon einmal gedownloadet das funktioniert auf jeden fall ja hier in deutschland steht es aktuell natürlich noch nicht zur verfügung es gibt es nicht an jedem shop je nachdem insbesondere wenn ihr natürlich auf dem dorf wohnt oder so nicht ein shop wo man das ja sehen kann letztendlich aber hier könnt ihr das in dem fall dann sehen da ist es in frankreich in dem fall dort wurde es natürlich auch entwickelt das soll natürlich über einen gewissen zeitraum über die ganze welt dann gehen oder zumindest europa vor allem auch als markt das auf jeden fall sehr sehr geil aber das wisst ihr alle das geht nicht von halt auf morgen das wird definitiv ein bisschen brauchen aber so würde das dann ganz das ganze in dem fall aufziehen aussehen ihr habt in dem fall euren standort eure map ja wie wie gesagt uber wie google maps was auch immer ihr dann da benutzt seht dann euren standort und die ganzen shops wo ihr tatsächlich dann in dem fall so etwas leihen könnt also wirklich eine sehr sehr coole sache löst ein echtes problem in der welt das ist für mich immer sehr wichtig bei den unternehmen ja das ist nicht einfach irgendwie pump and dump mean coin oder sowas ist von daher das projekt hat auf jeden fall potenzial ob das wie gesagt langfristig wirklich zündet das kann ich euch natürlich nicht sagen aber ich habe das potenzial gesehen ich fand es sehr sehr gut dementsprechend habe ich auch geld drin welches jetzt schon verdoppelt fast verdreifacht habe und das ist immer noch sehr sehr ein geringes market cap von daher da kann wirklich ein zwei großinvestoren können da wirklich schon eine ganze menge auslösen das auf jeden fall dazu ja wie man das ganze jetzt kauft ihr müsstet eigentlich nur hier auf der seite dann auf become an investor gehen dann schickt ihr euch automatisch hier auf die nächste seite da könnt ihr auch noch mal das white paper durchlesen oder auch noch mal die roadmap ja hier habt ihr in dem fall dann das dashboard denn falls euch das letzte video angesehen habt könnt ihr gerne auch noch mal machen da bin ich auch noch mal auf die tokenomics eingegangen also der drucken hat in dem fall auch tokenomics ihr habt in dem fall gebühren die anfallen genauso wie wir das bei sagen wir denken mittlerweile jeder kennen und ja diese rewards werden allerdings im bnb ausgezahlt und das finde ich ist eine sehr coole geschichte ja dementsprechend bnb kann irgendwo jeder gebrauchen und hier im dashboard könnt ihr dann einfach eure wallet adresse eingeben ihr müsst euch noch nicht mal mit der wallet connecten ja ganz wichtig ist wirklich nur die wallet adresse kopieren und da einfügen also ihr braucht absolut keine angst haben euch irgendwie auf der seite zu connecten oder so die könnt ihr hier dann ganz einfach eingeben und ja dann wird euch ausgespuckt wie viele dann und wann vor allem erhalten habt also je nach back gefällt das natürlich anderweitig aus das sollte jedem klar sein aber das ist auf jeden fall ja sehr sehr schön da kann man eine ganze menge mitnehmen was einem auch immer die gebühren füllt von bnb das ist auf jeden fall eine sehr coole geschichte ansonsten klickt ihr hier dann einfach auf bei dann werdet ihr automatisch nach pancakeswap zu pancakeswap geschickt so rum ja und dann könnt ihr das entweder mit bnb oder eben mit bios die was auch immer kaufen gibt das dann hier einfach ein und ja kleiner trick zur slippage die müsste normalerweise bei 16 17 prozent noch sein ihr habt aber die möglichkeit wenn ihr eine gerade anzahl kauft dann könnt ihr auch immer slippage von 0,1 auswählen ja also in dem fall was weiß ich ja gehen wir mal von was sind das eine million jetzt aus genau dementsprechend wenn ihr eine gerade anzahl nehmt dann könnt ihr auch immer mit 0,1 prozent slippage kaufen wenn das hier irgendwie so ein salat ist oder so dann wird das natürlich nicht funktionieren dann müsst ihr die gesamte slippage auswählen das auf jeden fall als tipp dazu ja sehr sehr cool ich bin auf jeden fall gespannt wie sich das projekt entwickelt ich finde es sehr sehr geil dass man da jetzt auf jeden fall schon mal 100 prozent mitgenommen hat mal schauen wie sich das langfristig entwickelt wie gesagt projekt das ist sicher das hat ein certic audit auch schon hinter sich und das bevor das wirklich direkt auf dem markt war und das finde ich ist eine wichtige geschichte weil ein certic audit die lassen sich das natürlich verdammt gut bezahlen und das ist für mich sehr wichtig daran sieht man direkt da steckt ein team hinter was im vorfeld einfach geld in die hand genommen hat um das projekt auch sicher darzustellen und da das wirklich entwickeln möchte ja denn häufig ist es so da kommt ein projekt neu auf den markt lässt es erstmal pumpen nimmt sich selber die ganzen gewinne raus und finanziert das dann damit ja da haben wir häufig diese dieses pump and dump und ja dass da einfach nicht wirklich was reelles hinter steckt und das weiß man da dass es das auf jeden fall tut das ist eine sehr coole geschichte ja also das team ist auch vollständig doxxed auch die könnt ihr euch hier dann natürlich dann auf linkedin genauer anschauen wer da letztendlich hinter steckt das sind alles leute um die eben auch so schon was gerissen haben sage ich einfach mal so da ist das irgendwie ein 20 jähriger der in seinem kinderzimmer da quasi versuchten tocken zu entwickeln um ja das kann auf jeden fall auch immer ausschlaggebend sein ja das auf jeden fall dazu wie gesagt für mich sehr sehr interessantes projekt ich bin gespannt wie sich das entwickelt wie gesagt es schaut auf jeden fall vorher rein wo der kurs wo der chart gerade steht bevor ihr da einfach völlig blind reinkauft das ist immer ganz ganz wichtig aber ja soviel dazu schreibt mir das sehr gerne mal in den kommentare was ihr davon haltet ob ihr auch beim letzten mal schon dabei gewesen seid wie gesagt vor knapp zwei monaten habe ich das schon mal vorgestellt dann sollten auf jeden fall schon gute profite mitgenommen worden sein ansonsten würde ich wie immer sagen like gerne das video abonniert den kanal falls es noch nicht getan habt und wir sehen uns dann beim nächsten video